Und du fliegst hier mal quer durch. Hoppala. Nein, da bin ich doch auch nicht lang. Da bin ich lang. Ich weiß ja nicht, ob es richtig ist. Damien, du weißt schon, dass du tot bist, wenn ich dich erwisch. Mit dir arbeiten werde ich ganz bestimmt nicht. Armleuchter. Dämlicher, dämlack, dämlicher. Was ist denn denn da für eine alte Kiste? Krass, dass es sowas auch noch gibt. Wenn ich der Hauptstraße nachfahre, komme ich genau hin. Ach, das ist ein Versteck, oder? Ne, Moment mal. Versteck sind zwei Pfeile. Das ist direkt beim Versteck. Es muss doch einen Weg geben. Und Damien braucht diesen Sieg für seinen Ekel. Ich lasse ihn gewinnen. Ich finde den zweiten Hacker und dann ist Nicky frei. Ob ich ihm glauben kann? Egal. Ich habe leider keine Wahl. Wir haben immer eine Wahl. Geh bitte, geh jetzt! Ich will dein Gesicht hier nicht mehr sehen! Schwitter hier, die Puppen? Ah, hast du nicht gerade... Hände in einer Pfote gehabt? Oh Gott. Nicht zu fast. Oh nein, eine Waffe! Hey, Alter! Notrufzentrale, welches Problem liegt vor? Hilfe! Schick Polizei! Hallo, Sie müssen in der Leitung bleiben. Gutterrupe! Gutterrupe! Urbane Chemie! Möchte ich? Möchte ich! Oh... O-ho-ho-ho-la! Ja, komm ich da auch mal raus? Einmal ausruhen? Zweite bar definite... Inhalte die Polizei! 19 Uhr. Ich würde mal sagen, wir schlafen bis 6 Uhr und dann sind die Bullen auch weg. Ich habe mich schnell umgezogen. Meine Hose war ganz schmutzig. Wie in Far Cry, kann man sagen. Far Cry 2. Das allergleiche. Ist auch derselbe. Naja. Hersteller. Sie haben den Täter verscheucht. Was? Was für ein Täter? Der Pfand. Was? 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 Das ist... Hey, ich bin's. Du hast mich herbestellt. Scheiße. Mir platzt bald der Schädel. Ja. Okay, komm hier. Zieh dir das an. Wer ist sie? Weiß nicht. Die Datei ist kaputt. Hast du nie eine Idee, wie ich es abspielen kann? Ziemlich. Kann man es sagen. Eine IP-Adresse? Ja, die habe ich von ihm. Kannst du die Quelle checken? Was soll das alles hier? Aiden, antworte. Ich tue nichts, bis du mir... Er hat sie entführt, Clara. Er, 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 er benutzt meine Schwester als Sicherheit. Oh mein Gott. Werden wir suchen? Der. Damien Branks. Ich hier. Ich kann nichts tun. Ich... Ich werde jetzt gehen. Wir reden später. Gut, wenn du fertig bist. Komm her. Was ist denn los? Worn zu halten. Los! Was ist denn los? Wo ist dein Auto? Hier lang. Da drüben. Der Balkon. Nein. Zu lange gewartet. Ja, ich wollte noch umlegen und dann zurück in die Deckung gehen, aber naja, man möchte zu viel. Wo ist dein Auto? Hier lang. Da drüben. Da drüben. Hier schieße ich die Eier weg, wenn es sein muss. Nein, sag mal, was geht denn? Ab hier. Ich sitze hier wie auf dem Präsentiertöller. Wo ist dein Auto? Hier lang. Da drüben. Der Balkon. Da drüben. Das ist mal nachladen. Aidan, das Hotel-Shift. Ihr braucht keine Hilfe. Ihr seid schon tot. Nein. 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 doch mit einer anderen knarre etwas mit mehr bums und so erwischt ich auch ich Achtung! Die Strasse! Weg! Mädel, lauf, 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 lauf! Es sind noch drei Stück übrig. Och, die machen wir das schnell fertig. Du brauchst keine Hilfe mehr. Du brauchst zwei neue Beine. Deine Stelzen tragen dich nicht mehr und dein Kopf ist muß. Äh... Ich sehe ihn! Ich stecke dich! Geh in Stellung! Letzte bekannte Position! Kommt weiter! Fast geschafft! Kasachnackte Kralis! Das Biest! Unten bleiben! Rüber in die Seite! Hm, hallo mein Freund! Jetzt lässt du erstmal meine Mannschaftsschutzgewehr kennen! Zipfergesicht! Nicht da rüber, du Henker! Nicht da rüber, du Henker! Hehehehe! Hehehehe! Komm mit! Etwas Hilfe wäre cool! Ne! Da runter! Was wollen die denn? Wer sind die? Hier kommt Verstärkung! Hat mit meiner Suche nach der IP zu tun! Mehr von denen! Was haben wir da gefunden? Bleib vorsichtig! Ich bringe uns raus! Komm! Komm! Steig ein! Das ist doch nicht wahr, oder? Warum steigt die nicht ein? Wir hätten abhauen können! Wir hätten uns einen gemütlichen Abend machen können vor dem Fernseher! Wir hätten ein bisschen... Ne, was man halt so vor dem Fernseher macht, wenn man sich... Die Kameras werden mir helfen! Äh, klackert sie ihrem Wagen! Achso! Wir brauchen jeden verfügbaren Mann! Was wollen die denn? Wer sind die? Ganz ruhig! Wir sind ja da! Hat mit meiner Suche nach der IP zu tun! Hey, man! Was haben wir da gesagt? Bleib vorsichtig! Ich bringe uns raus! Hörst du mich? Laut und deutlich AGT! Hörst du mich auch? Mann, oh Meter, ey. So oft wie ich gestorben bin bis jetzt schon, so bin ich noch nie mal in GTA gestorben. Ja, ja, wir müssen uns langsam vorarbeiten. Lass sie näher kommen. Könntest du vielleicht einmal... Das glaube ich jetzt nicht, du siehst. Ich lasse niemanden entkommen. Ich habe dich gesehen. Ach, schüttel ich. Ich bin am Nachladen. Ich könnte ja etwas Hilfe gebrauchen hier. Noch ein Kopfschuss sind ja hier, pass mal auf. Sehr schön. Schweizer Käse. Da hinten ist noch einer. Ich habe dich gesehen. Ich habe dich genau gesehen, du alt. Ich weiß nicht, du alt ist. Und dann schüttelst du das. Der ist noch gar nicht so gut in dieser時en. Und dann ist er noch mal zu sein. Überraschung. Ich werde dich nicht mehr rauske seconden.